Oh fuck, das ist ein guter Plan. All in! Everything's got a moral. If only you can find it. Und da sind wir wieder draußen. Schwarzmalen. Der arme Reilly. Warum hat er gesagt? Gut, er wurde angeschossen. Definitiv. Wer hätte ihn da auch totliegend sehen, aber er ist am Leben. Fähigkeitspunkt. Oh, das haben wir schon. Stimmt, das habe ich beim letzten Mal gemacht. Irgendwie können wir bald alles komplett durchskillen. Was ist denn jetzt noch so interessant? Ja, hier. Weniger Schaden durch Feuer. Riley Brody. Okay, nächste Mission. Da oben. Oh, das wird spannend. Könnte das wahrscheinlich schon die letzte Mission sein? Munition sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Wunderwunderbar. Und wo ist die Tür? Da. Auch nicht. Die Tür. Diesmal keine rote. Sein Treibstofflager liegt wahrscheinlich auf der kleinen Insel da hinten. Oh Gott. Gerade gesehen. Das grüne Blatt brauche ich. Auch wenn ich dafür ein bisschen wieder hochlaufen muss. Ich vergesse immer die Endorphinspritzen zu nehmen. Oh, ja. Okay. Sliding down, sliding down. Wunderbar. Treibstofflager ist da hinten. Okay. Bin ich verflucht gut. Moment. Ich brauche mehr Heilung. Perfekt. Musst du die Satellitenschüssel sprengen. Du wirst durch den Bunker müssen. C4 an den Stütz streben ist die einzige Lösung. Danach wirst du Hilfe brauchen. Das Tanklager kann warten. Ich komme dich abholen. Und spar dir etwas C4 für die Metalltür, die den Bunkereingang versperrt. Ja? Alles klar. Aber ich kann nicht irgendwie... Das ist bestimmt erst sperrt. Oh. Es ist sicher verboten, hier zu sein. Also wird mir die Sonneform auch nicht helfen. Musch nach oben. Oh, bitte nicht. Ach, scheiße. Was ist denn ausgerechnet jetzt? Welche Kackviege. Komm schon. Alter. Endlich. Boah. Wenn man gerade hier eindringt und was ist. Alarm haben die da auch. Mein Gott, nee. Ich komme von der falschen Seite, eindeutig. Ich hoffe, hier ist nicht umsonst so viel Heilung. Okay. Vielleicht nehmen wir die Endorphinspritze. Rennen da rein. Und dann müssen wir den Alarm auf jeden Fall ausschalten. Das dürften wir eigentlich packen. Okay. Ich will eine ziemliche Ladung an Heilung haben. Naja, das war Jagdinstinkt. Aber ich meine Endorphinspritzen gar nicht ausgerüstet. Oder kann ich die nicht verwenden? Ähm... Ja, Herstellung. Endorphinschub. Acht. Heilt dich vollständig und vier zusätzliche Gesundheitsfelder. Ah, hat er genommen. Okay. Du gehörst mir. Holt der Karte. Der hat Deckung geschlossen. Ne, den Alarm. Es ist die ganze Zeit, bis wir gestiegen. Komm her. Wer wirst du? Ah, genau. Konzentration. Du bist hier. Keiner darf überleben. Oh Gott. Zeit zum Nachladen. Hauptsache, der Alarm ist aus. Das macht uns die Dinge viel einfacher. Ach, in der Überzahl. Oh, oh. Boah, die machen viel Schaden. Boah, Kopfschuss. Wunderbar, er ist nur hinter mir. Weggeboostet. Okay. Ähm. Snapper-Rifle. Okay. Das lief eigentlich ganz gut. Oh shit, die sind gut gepanzert. Kann ich auch von vorne den Take-Down geben? Das ist ultra riskant. Nö. Rengstoff wird schon richtig. Oh mein Gott. Nur von hinten. Okay, so geht's schon. Oh, die Sniper. Oh, bin ich blöd. Ich hab so viele Granaten verschwendet. Die Sniper geht doch durch wie Butter. Okay, Sprengstoff an die Tür. Oh, mit so einem schönen Nokia-Henu. Wie wir wissen, das ist unzerstörbar. Hier ist auch ein Alarm. Oh, Glück gehabt. Oh mein Gott, hier kommen ja alle durch. Wow. Ich hab den Alarm gedrückt. Oh fuck, der ist schwer gepanzert. Snapper kann ich aber auch hier verwenden. Yeah. Das Ding ist geil. Medikiert. Die Weste. Hier haben wir hier Kohle. Speicherkarten und so. Ja, komm schon. Ach, kann das sein? Oh mein Gott, sind da viele. Da sitzt der. Okay, einfach weiter. Einfach weiter. Ach, du Scheiße. Oh, noch ein Flammenwerfertyp. Ach, komm schon. Okay. Puh. Oh, erwischt. Oh, oh, oh. Oh, die Dinger explodieren. Oh. Okay. Oh, wunderbar. Ich muss mich aber schnell heilen. Okay, weiter hoch. Ist abgeauen. Wow. Fuck. Gut, dass ich das gesehen hab, so schnell. Ich wäre so erledigt gewesen. Na. Klar, fuck ich erstmal hier alles ab. So nicht, Kollege. Klar. Einmal nur die Wand. Okay, den Punkt schnell einlösen. Ah, was nehmen wir denn? Doppelter Tod. Erneuern sechs deiner Gesundheitsfelder. Hoch geht's. Natürlich brennt das, wenn ihr solche Typen hier unten habt. Oh, oh. Komm schon. Ah, der bewegt sich zu viel. Ach, komm. Fuck. Fuck. Du stirbst als erstes. Wow. Komm schon. Mann, hier nur zwei? Finde ich gut. Drei. Plus minus Köter. Jupp. Sam, das war's. Das C4 ist gelegt. Wo bist du? Die Kavallerie kommt, mein Freund. Der schützt für den Sprengstoff, bis ich da bin. Boah. Können wir den nicht einfach zünden? Schwachsinn. Oh, fuck. In den Arsch. Pull die, meine. Boah, ist der geflogen. Boah, den dahinter. Komm, da geht mal eine rein. Jetzt überlebt. Au, 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 au. Jetzt nicht überlebt. Das ist ein anderer. Du kannst mich lecken. Hallo. Schießen. Wenn ich jetzt draufgehe, ne? Komm schon. Fünf Jahre später. Klar geht das daneben. Komm schon. Okay. Besser. Das war knapp. Okay. Ist das das? Scheint so. Okay, da kommen noch ein paar mehr. Ja, bim. Keine Zeit verschwemmt. Schon da, schon da. Keine Zeit mehr. Okay. Puh. Verstander Verräter. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR